da leute was soll ich denn sagen da habe ich gerade vikings main wollte gerade vikings main machen und dann kommt die karte das geht natürlich nicht der will wieder an ascha lanora machen der dud fand ich aber nicht so wobei sein kält das war ja ganz okay letzte runde das schon frage rüber frage nach komm ich nehme lucio erbahn tracer oder anna könnte ich ihn boosten diese galaxie wird leiden so 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 Ich habe kurzzeitig daran gedacht, der Garrosh, der kann ja auf die Stunfelder schmeißen. Im Lead-Game. Das ist leider auch nicht schlecht, oder? Ich habe mir so gedacht. Ja, so Boy und Muradin. Okay. Malteil, would be nice, who to bun? Damage, maybe Phoenix. Okay. 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 Das war's für heute. Die Macht wird mir gehören. Möge Elun uns Stärke gewähren. Nur der Sieg zählt. Stukov. Finde ich ein bisschen seltsam, dass der Dude... Weiß ich nicht. Meine persönliche Meinung, ne? Ich meine, Nasebeugefängnis und so, kann ja sein, dass das nicht schlecht ist. Kann ja auch sein, dass das auf der Karte nicht schlecht ist. Aber alleine schon wegen seinem D, ne? Dass er das Deck sammeln will. Er will eigentlich eine große Karte haben, die lange geht. Vikings-Bild drin, ne? Ich meine. The Vikings-Maine. The Vikings-Maine. Kan ja. Wenn das jetzt in der Karte ist. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 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 Und getötet. Ja, wir haben versucht. Ach, der Guldan, der war fast tot, ne? Das war ärgerlich, das war ärgerlich. Gut Support gekriegt der Dude. Ja, da ist ein Feed hier gewesen. Ja, da ist ein Feed hier gewesen. Oh man. Komm, komm, komm. Oh, close, close, close. Oh man, wir haben das ganze Land. Oh man. Oh man, wir haben das ganze Land. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war geil. Das war eine richtig geile Situation. Die Kälter ist weggeschmissen, den Muradin weggeschmissen. Und dann re-engage, abgeholt, alles nice. Gut gelaufen. Schön. Das war's für heute. Ach, schon wieder Foundrix, ne? Wegen dem hab ich auch schon ein paar Spiele verloren. Und dann... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ey, der ist so schlecht, der Dude, ey. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Boah. Boah. Alter, ist das dein Ernst? Boah. 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 Es ist wie das, Leute. Wir waren die ganze Zeit easy peasy vorne, bis das der Mist angefangen hat. Oh, lass uns das Camp machen. Mitten im Immortal Fight, den wir hätten easy gewinnen können, weil drei Gegner tot waren. Nee, braucht man nicht. Machen wir lieber Camp, ne? Oh, jetzt haben wir nur das Glück, dass der Nasebo hier am Deffen ist. Alter, was machen die denn? Yo, nicer Job. Ich glaube, Artanis. Na gut, wir haben den Immortal immer hingekriegt. Ah, ich bin dort. Heute werden die Himmel triumphieren. Die Vorst der Hölle können hier nicht bestehen. Ich hälfte nicht mehr, aber ich bin der радvolle Welt. Ich sch Jenkins und immer wieder kaputtet. ich bin sehr drüben. dass ich sie übermam gently drehe. Und dann skating nach einem Eisen Доffutter. Ach ja, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Gucken wir mal, wird das noch gewinnen? Ey, was zur Hölle? Wie sehr? Ja, wie viel? Ja, wie viel? Nie, ja, wie viel? Ja, wie viel? ... die Hauflüge bei den Wegweißen. Ne, das gibt keinem mehr. Das ist schon wieder Bananen-Party angesagt. Einter Schwede, ey. Der Stukov, ne? Der rennt alleine rein. Ja, engage. Ja, engt schon wieder rein, Stukov. Sind noch gar nicht alle da. Oh mein Gott. Alter Schwede, wie sie uns vorführen. Krass, 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 krass. Das ist also, wen ihr zuerst zu heilen habt. Jetzt kriege es hier mit, kriegst du. Ich werde euch zuerst und ändere meinen Standort. Überzeugt, wie sie hier sind. Ich werde euch zuerst und ändere meinen Standort. Überzeugt, wie sie hier sind. gebt, wie sie hier sind. I think so. Ich glaube nicht, wie sie hier sind. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin noch. Ich bin so. Kling Calls, okay. Yo. Geh mir an die Front, Stuka. Hau ab. Keine Chance. Ja, mit etwas Glück pusht das Hardcamp das Bottom Keep. Ah, schön. Kelters hat's gerissen. Nice. Das ist sehr gut. Das ist auch gut. Ah, der Stukov ist eine Katastrophe. Der ist so bad, der Typ. Das geht gar nicht, ey. Zieht euch, habt ihr das alleine schon wieder gesehen? Boah. Übel. Ach. 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 Schnell beeilen, bevor die wieder feeden in der Zeit, ey. Wow, krieg ich einen ab hier, krass. Was ist der denn gestorben? Boah, der Stukov ist eine Katastrophe. Ehrlich. Ehrlich, Mann. Das ist doch nicht sein Ernst. Ah, jetzt sind wir alle dort. Kuldanazibu. DPS, small or lost. Boah, ich muss den muten, der Dude. Oh Gott. 90k def rum. Boah, ist das so übel. Wie soll ich einen Spiel verlieren? Wieder. Wieder, Leute. Wieder, wieder, wieder. Warum rennen wir überhaupt so weit raus? Damit wir uns wieder abholen lassen können. Vermutlich. Ist natürlich klar. Boah, da haben wir echt Glück, dass die uns den so weit runterkloppen lassen, die Gegner. Nein. 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 Nein! Stukov! Und ich renne dann auch noch immer hin und will ihn retten und sterbe mit! Oh Gott! Oh Gott! Diese stufsinnigen Zirkel, sich uns anzuschließen. Oh mein Gott. Nett. Final. Ey, 3v4. Was? Du hast mich gehalten. Eine weise Entscheidung. Du bist frei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Der Muradin ist echt nicht schlecht. Das muss man echt sagen. Der carried das Game schon hart. Ey. Komm, wir lassen den Trottel da einfach sterben. Äh. Äh. Verschwinde! Also wir haben viele Störer, die die Schussagel wirken, die die Schussagel wirken. Überachtlich. Wir entscheiden die Fäuste. Die Hände sind euch wohlgesund. Ey, der Stukov hat es noch geschafft, nochmal zu sterben. Boah, sorry, es war vielleicht ein bisschen hart, aber ganz im Ernst, boah, der Stukov, ein Wunder, dass wir das gewonnen haben, ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Keltas hat das rumgerissen, ne, der hat das, äh, boah, was weiß ich, ey, boah, war das ein Game, übel.